Ich kann jemanden einen 6er abgeben, ausgeschlossen, Minus, Punkt. Warum bist du das so? Ehre, Entschuldigung. Oh, die alten Zeit waren die besten. Nach Afrika, ja. Als ich mit meinem Vater alleine gespielt habe, da war es am besten. Ja, jetzt fähig ich es noch nicht auf rechts, aber... 6 zu. Auf, ähm, 300. Jetzt ist er hinterm Baum. Wasser und... Hit. Hit. Da oben läuft noch einer. Auf 285 Richtung Wasser. Oh, schön. Hornel getroffen. Alter, kurz Auto mitnehmen. Hit. Digga, ich treff dich nicht. Wer ist am Baum jetzt? Und... 100... ... 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 Ich hab ihn. Oh. Einer hat mich. Richter. Kann ich mal holen? Ausgenommen. Noch nicht. Der andere auch. Da unten muss aber noch einer sein, gell? Wo? Ja, bei Nummer 4, oder? Nee, ich hab ja einen getötet. Oh, der ist woanders. Kann mich einer hochholen? Ja, ich bin auf. Der kommt besser. Der läuft aufs Westen. Ich geh. Ich komm. Bleib da. Habt ihr den? Jungs. Ja, ich mach dem nur. Digga, das ist zu frech. Ich hab so viele Ghosts bei dem gemacht. Geh? Ich auch. Und auf einmal war er weg. Aber der war auch nur ausgelöst. Meist das auch nicht erstrecken. Bald ist ein Smoke. Hey, guckt ihr noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, machen wir. Danke. Nee, schau. Vorhin war an dem Baum noch einer. Hm. Warte. Ich hab hier Koffer. Ich geb dir einen hier. Ah, stimmt. Nee, das war der noch nicht. Den hab ich einen Pan-Hit gedrückt da hinten. Die Funken fliegen uns hin. Ah, der läuft da auf 260. Der schon drüben. Habt den. Oh ja. Das war Dreck. Hit. Noll. Nochmal Hit. Mach mal Hit. Mach den fahren, Digga. Hey, da fliegt einer zurück. Mach den fahren. Mach den fahren. Mach mal kurz. Auto hält. Ähm. Wo? Wo? Ja, da ist er auf Norden. Ja, da ist er auf Norden. Läuft einer. Rüber. Hä? Alles klar. Der hat mich genockt. Der hat mich genockt. Der hat mich genockt. Einen komischen Berg. Da sind mehrere. Ich muss mich auch kurz heilen. Ey, das zu verteidigen wird jetzt wieder richtiger. Ne. Ich seh's jetzt schon. Richtig. Ja, eine kämpft hinterm Wohnwagen. Einer ist oben und einer aus unten gewesen, als ich gestorben bin. Es sind, glaub ich, nur noch drei von denen. Richtig. 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 Richtig, ne. Schön, Vater. Sehr gut. Pass auf, jetzt wirst du wahrscheinlich abgeschossen. Ah, die müssen Zone, glaub ich. Die haben Zone-Probleme. Lol. Deswegen ist der eine gelaufen. Die da rechts? Ja, genau. Du bist viel. Hit. Headshot. Den lauert. Ja, genau, genau. Warte durch. Das ist gut, dass wir die genockt haben, Digga. Dazu einen. Wir müssen Zone. Wohin gehen wir Zone? Wir gehen hier hin. Oh, ey. Ich bin stuck. Digga, ich war stuck wie bei euch. Digga, vielleicht fahren wir uns auch noch ein Stück hinweg. Oh mein Gott. Digga, die haben noch Auto-Aim. Das haben wir uns nicht. Naja. Da ist ein... Da liegt auch hier oben. Ich zieh. Hier, die flächere Linus. Siehst du ihn? Ja. Kruss. Schön. Ich habe ihn nicht zurückgegeben. Ich auch. Noch mal ein Hit. Oder gesniped. Oh, fuck, jetzt wurde ich gesniped, ja. Ihr müsst mich schreiben. Scheiße, ich bin auch. Ja, jetzt... Keine Chance. Du musst sofort... Da ist einer... Auf... 100... Scheiße. 140. Da waren wir total blöd. Wir müssen... Ich geh wieder in die Hütte rein, sonst wird es nichts. Zone kommt. Der Dings fährt auf 170. Einer läuft auf Südosten. Ah, wie ist der? Siehst du ihn? Irgendwo so Südosten. Irgendwo so Südosten. Ja, wir gehen jetzt Zone. Zone kommt. Zone bitte runter. Oder? Hier hinten ist man doch noch in der Zone hier oben drauf, oder? Ja. Ja, ja, Digga. Hier, hier, hier. Da bin ich in Zone. Lass hierbleiben. Scheiße, ich wäre auch besser da oben. Ich lasse meistens nach dem 120. Warte! Granate! Los, rechts! Los, rechts! Was ist? Unten das noch mehr, unten auf 190. Der läuft unten. Kannst mal kurz mit gucken. Nee, nee, die sind an der Hütte. Die sind beide an der Hütte. Du kannst mich holen, die Kämpfer an der Hütte. Die Kämpfer an der Hütte. Ich seh. Drüben ist da hinten einer von den 20. 4 Stück nur. Einer ist auf 120. Da ist noch welche drin, oder? Da ist einer drinnen. Da ist einer drinnen. Vielleicht in der Hütte ist noch einer. Okay. Ja, ich seh's. Ich seh's. Er hat uns gesehen. Achtung, er hat uns gesehen. Pass auf. Ihr müsst runter. Irgendwie auf 120 noch, gell? Wir müssen 20 Sekunden Zone. Ja, da müssen wir runter smoken, ne? Achtung. Oh, stark, 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 stark. Okay. Jetzt nur noch in der Hütte, oder was? Das ist aber nur glockt. In der Hütte eigentlich. In der Hütte eigentlich. Smoke war runter. Smoke war runter. Smoke war runter. Smoke war runter. Bitte schon mal. Oh, ich seh's. Jetzt guckt er! Ich weiß nicht, ob die gesmoked haben. Ich schmeiß Granate ... äh ... Smoked Monotov hin. Der andere kommt hier mal rein. Der andere kommt hier. Der andere kommt hier mal rein. Der ist noch nicht gefocust, jawoll. Digga, hab ich den jetzt gemacht. Hab ich den bekommen oder? Jawoll bei Jungs. Ne, ich soll nicht. Egal den hast du übelst abgeschaut, aber egal. Jawohl, 800 Schaden.